Eine Bestbrot, ich mache es gerne, ganz dein Moment. Die Schlange sieht nur so lange aus, macht euch keine Gedanken. Und im Übrigen, bei den Volksbanken Reifeisenbanken könnt ihr die Kontoauszüge per PDF downloaden. Das ist gut für die Umwelt und ihr habt eine Wartezeit weniger. Deswegen mache ich mich jetzt ein bisschen lockerer und wir zwei können ein bisschen länger flirten. Bitte schön, guten Appetit. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann geht in die Filiale der Volksbanken Reifeisenbanken. Die können euch das alles erklären, denn ich mache nämlich hier Borscht und bin kein Banker. Vielen Dank.